Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und der alten Göttin. Herzlich willkommen zu diesem Video Loslassen und Befreien über die Lilith in den Fischen anlässlich des aktuellen Lilith-Transits durch die Fische vom 3. Mai 2019 bis zum 26. Januar 2020. Falls ihr noch nicht mit der Figur der Lilith im Horoskop vertraut seid, empfehle ich euch mein Buch, Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, in dem ich mein Wissen und meine persönlichen Erfahrungen mit dieser faszinierenden archetypischen Kraft für euch aufgeschrieben habe. Darin findet ihr alles über den Mythos der Lilith als Göttin und Dämonin und warum sie für unsere Psyche so wichtig ist. Nochmal kurz zur Erinnerung, Lilith gilt in der Mythologie als Adams erste Frau, die sich mit Adam, Gott und drei Engeln, also praktisch mit der ganzen Männlichkeit an sich, überworfen hatte und aus dem Paradies geflohen war, um ihre Freiheit und Integrität als Frau und Göttin behalten zu können. Deswegen gilt sie als Sinnbild für den Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen, aber auch generell unterdrückter Minderheiten und für die unabhängige Frau, die ihren urigen Instinkten folgen muss, ob es der Gesellschaft nun passt oder nicht. Im Mythos wird Lilith auch als Windgeist beschrieben und sie besitzt Flügel wie auch Krallen. Sie ist jederzeit bereit, loszulassen und ihre Schwingen auszubreiten, um davon zu fliegen. Dieses Thema begegnet uns häufig bei Lilith in den Fischen, die Bereitschaft, Opfer zu bringen, um frei zu werden oder frei zu bleiben. Ab dem 3. Mai wird die Lilith für knapp neun Monate durch das Zeichen der mitfühlenden und spirituellen Fische laufen. Das ist ein wunderbarer Transit für spirituelle Einweihungen und Erweckungserlebnisse im Rahmen der weiblichen Magie. Lilith steht ja für die Weisheit der großen Göttin, lange bevor es das Christentum gab. Vor allem diejenigen, die sich für die Spiritualität der Natur mit ihren Zyklen und für die Kräfte der Göttinnen interessieren, können mit Lilith in den Fischen großartige Inspirationen erfahren. Während ihres Transits durch die Fische wird sich Lilith mit Spiritualitätsplaneten Neptun verbinden, der ja zurzeit ebenfalls in den Fischen steht. Das geschieht im September 2019 in Verbindung mit dem Mondphasen und das ist eine super spannende Zeit für Zeremonien und magische Rituale. Merkt euch schon mal den Neumond am 30. August und das darauffolgende Wochenende, da haben wir eine Planetenballung im Zeichen Jungfrau genau gegenüber von Lilith und Neptun in den Fischen. Und am Wochenende vom 13. und 14. September aktiviert der Vollmond diese Konstellation erneut. Das ist eine ganz besondere kosmische Phase, um den spirituellen Kräften der Lilith besonders nahe zu kommen. Ich werde euch gleich Auszüge aus meinem Buch vortragen, aus dem Kapitel Lilith in den Fischen als Weg. Da geht es darum, wie sich die Lilith in den Zeichen im Geburtshoroskop auswirkt. Im zweiten Teil des Videos gehe ich darauf ein, wie sich der aktuelle Transit der Lilith durch die Fische für die zwölf Tierkreiszeichen auswirkt. Weil aber Lilith eine so individuelle und persönliche Sache ist, biete ich außerdem noch einen Online-Workshop an, in dem ich euch die Wirkung der Lilith-Transite erläutern möchte, damit ihr sie in eurem persönlichen Horoskop mitverfolgen könnt. Ihr könnt diesen Workshop auch nutzen, wenn ihr selbst astrologisch arbeitet und wissen wollt, was auf eure Klienten zukommt, wenn Lilith Aspekte zu persönlichen Planeten bildet. Mehr zum Workshop und zur Anmeldung findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen die Auszüge aus meinem Buch Lilith in den Fischen als Weg. Um zu verstehen, wie sich die Lilith in den Fischen entfaltet, müssen wir uns noch mal kurz mit dem Zeichen Fische beschäftigen. Der astrologische Herrscher des Fischezeichens ist Neptun und sein Element ist das Wasser. Es steht in der psychologischen Astrologie für die Welt der Gefühle, der Träume und der Seele. Im Zeichen Fische geht es um das Mitgefühl, das die Grenzen zwischen dem eigenen Ego und dem Mitmenschen aufhebt. Das Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind, ist ein Fischethema. Ebenso die selbstlose Liebe, Spiritualität, Glaube und Transzendenz. Fische ist das letzte Zeichen des Tierkreises und die Symbolik ist, loszulassen und innere Einkehr zu halten. Die dunkle Seite dieser Energie kann ein Hang zur Opferrolle und zum Selbstmitleid sein, zu Süchten und Abhängigkeiten. Wie passt das nun zur wilden Lilith, die doch als Sinnbild für Unabhängigkeit, Eigensinn, Kompromisslosigkeit, Provokation und den Kampf gegen Ungerechtigkeit steht? Im Zeichen Fische wird Lilith vielleicht weniger energisch und kratzbürstig erscheinen. Doch sie kann sich entfalten, wenn es darum geht, loszulassen und Opfer zu bringen, um sich selbst treu zu bleiben. Beim Einsatz für Schwächere, in der Gabe intuitiver Weisheit und in der Kraft der Gefühle, als visionäre Kreativität und in einer magischen Spiritualität. Außerdem in der Fähigkeit, scheinbare Widersprüche zu leben und zu integrieren. Das Leben mit Lilith in den Fischen hat etwas Schwelgendes, Elegisches, Geheimnisvolles. Liebesdramen, Opfer aus Liebe, spirituelle Hingabe, Sehnsucht nach Verschmelzung, Helfen und Bedürftigkeit, äußerliches Charisma und innere Einsamkeit, das sind die Themen, die diese Konstellation emotional berührend machen. Eine große Intuition für Kunst und die Gefühle des Publikums kann zu den Gaben dieser Konstellation gehören. Ebenso der Wunsch, die Welt zu verbessern und ein großes Herz für Schwächere. Vielleicht fühlst du dich zunächst wie ein kleines Boot auf einem riesigen Ozean voller Wellenberge, aber du bist es selbst mit deinen Gefühlen, die den Sturm erzeugt hat. Es ist wichtig für dein persönliches Abenteuer, in tiefem Kontakt mit deiner Seele zu sein und ihre Sprache zu verstehen. Sie spricht durch Träume oder durch eine große Liebe, durch die Augen eines Kindes oder wenn du einem hilflosen Tier das Leben rettest. Sie berührt dich durch die Klänge von Musik oder die Farben eines Kunstwerks. Mach dich damit vertraut. Das Spiel mit der eigenen Identität kann Teil deines Abenteuers sein. Wer bist du wirklich? Was ist Schein? Was ist Sein? Wie begegnest du deiner Umwelt? Wer erfährt, was wirklich in deinem Herzen vor sich geht? Wahrscheinlich hütest du dein Privatleben, zeigst nach außen lieber dein Engagement für die Schwachen oder die Kunst, aber man erfährt kaum etwas darüber, was dich wirklich innerlich bewegt. Falls du ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Rückzug und Einsamkeit hast, folge ihm und finde die Plätze, an denen du auftanken kannst. Liebe und Beziehungen. Die Liebe nimmt wahrscheinlich einen großen Raum ein in deinem Leben. Du bist sehr romantisch, aber mit Geheimnissen und Abgründen. Das macht dich sehr anziehend. Es kann dir passieren, dass du dich auf ein Spiel mit Unterwerfung und Abhängigkeit einlässt, dass man von dir völlige Hingabe fordert und du bereit bist, bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus zu gehen. Dass du gern mit einem starken, dominanten Partner zusammen bist. Dass du Grenzen und Tabus in der Sexualität überschreitest. Du warst vielleicht in deiner Kindheit und Jugend entfremdenden Einflüssen ausgesetzt, etwa durch streng religiöse, überstarke oder schwächliche Elternfiguren, was es dir zunächst schwer gemacht hat, deine Identität zu finden oder deine Grenzen zu erkennen. Doch du besitzt eine innere Stärke, eine Art Unberührbarkeit. Ein Teil von dir bleibt immer rein und niemand kann ihn zerstören. Sensible Menschen nehmen diese Energie in deiner Ausstrahlung wahr und fühlen sich von dir angezogen. Es kann auch sein, dass du in anderen ein Beschützerinstinkt wächst. Deine Kraft ist eine feine Schwingung, die aus der Seele kommt. Der Glaube an die Liebe und dein Instinkt dafür, wer letztlich gut für dich ist, kann dich trotz einiger Irrungen und Wirrungen zu einem schönen Beziehungsglück mit einem verständnisvollen Partner führen. Du hast die Gabe, Menschen mit großem Herzen in dein Leben zu ziehen, die deine Kostbarkeit aus tiefster Seele verstehen. Niemand wird dich je ganz kennen. Da bleibt immer ein Geheimnis und das macht dich für andere so faszinierend. Herausforderung. Die Kehrseite dieser Lilith-Konstellation kann ein Hang zu Illusionen sein, zu Problemen mit dem Empfinden der Realität. Du redest dir etwas schön oder lässt dich wie von einer unsichtbaren Kraft gegen deinen Willen in Situationen hineinziehen, die dir nicht gut tun. Oder du glaubst, du müsstest Opfer bringen, wo es gar nicht angebracht ist. Das birgt die Gefahr, dass du in Co-Abhängigkeiten gerätst, dass du seelisch oder auch körperlich missbraucht wirst. Da deine Psyche sehr empfindsam ist, kann eine Neigung bestehen, Ängste und Probleme mit Drogen, Alkohol oder Tabletten zu bekämpfen oder andere Störungen wie Magersucht zu entwickeln. Es ist sehr wichtig, dass du im Kontakt mit deiner inneren Stärke bist und lernst, deine Grenzen zu verteidigen. Sei mit Substanzen aller Art sehr vorsichtig. Ein anderes Problem mit Lilith in den Fischen kann sein, dass du dich völlig verschließt und zurückziehst, sodass niemand mehr an dich herankommen kann. Übungen, die dich in Kontakt mit deiner inneren Stimme bringen, tun dir gut. Eine spirituelle Heimat in einem Glauben, einer magischen Praxis oder der Natur selbst zu finden, ist essentiell für dich. Das Erlebnis der Mutterschaft mit der Verantwortung für die Kinder bringt dich auf ganz natürliche Weise in Kontakt mit der Realität. Engagement für andere ist auch für dich selbst heilsam. Schau dir in dieser Hinsicht einmal das Leben von Weltstar Angelina Jolie an. Sie hat Lilith in den Fischen in einer markanten Spannung zu ihrem Sternzeichen Zwillinge und zu Fischeherrscher Neptun. Eine Freundin von mir ist Journalistin. Sie interviewte Angelina ganz zu Anfang ihrer Karriere mal und ist bis heute beeindruckt von diesem Gespräch. Sie berichtet, dass Jolie, deren Eltern selbst in Hollywood erfolgreich waren, die besten Startbedingungen hatte. Als Schauspielerin zu arbeiten, das war nicht ihr Ziel, sondern ihr Ausgangspunkt. Ihr wahres Seelenziel kannte sie aber schon damals, lange bevor sie zu Weltruhm aufstieg. Zitat Angelina, ich bin dankbar für meine Chance in Hollywood. Ich will Erfolg haben, damit ich einmal in der Lage sein werde, Gutes zu tun. Über Partnerschaften sagte sie, ich finde es wichtig, sich auf einer ganz tiefen Seelenebene mit dem Partner zu verbinden, aber man muss sich auch immer wieder entziehen. Das ist so typisch für Lilith in den Fischen. Jetzt muss ich noch was hinzufügen. Soweit also der Auszug aus meinem Buch, aber inzwischen sind ja noch einige Dinge passiert. Angelina und Brad Pitt haben sich leider wieder getrennt. Das war auch sehr interessant, denn bei beiden hatte die Lilith eine ganz starke, auslösende Funktion, als sie sich kennengelernt haben und genau an der Stelle ist dann später, als sie sich getrennt haben, Saturn gewissermaßen als Terminator drüber gelaufen und dem Druck haben die nicht standgehalten. Und dazu habe ich auch mal ein Video-Special gemacht, das könnt ihr euch angucken über Brangelina und ihre Trennung. Das lege ich in die Playlist für den Mai rein. Falls euch das also interessiert, könnt ihr euch das nochmal angucken. Aber ich habe halt das Leben von Angelina natürlich noch weiter verfolgt im Hinblick auf die Lilith-Konstellation, die sie hat und habe eben festgestellt, dass fast bei jeder wichtigen persönlichen Entwicklung in ihrem Leben ein Lilith-Transit eine entscheidende Rolle gespielt hat. Als sie sich in Brad Pitt verliebte, stand die Lilith zum Beispiel genau hier, im Ende Krebs, genau auf ihrem Aszendenten. Lilith in den Fischen ist auch ein Symbol für eine radikale Opferbereitschaft. Angelina Jolie schockte die Welt, als sie 2013 erklärte, sie habe sich beide Brustdrüsen amputieren lassen. Sie tat das, nachdem ihre eigene Mutter im Alter von nur 56 Jahren an Brustkrebs gestorben war und erklärte, dass sie ein besonderes Gen habe, welches das Risiko für Brustkrebs stark erhöhen würde. Zwei Jahre später berichtete Angelina in einem Zeitungsartikel, wie sie sich auch Eileiter und Eierstöcke sowie die Gebärmutter entfernen ließ. Jedes Mal hatte sie starke Auslösungen mit Lilith-Aspekten im Horoskop. In meinem Workshop über die Lilith-Transite werden wir uns das nochmal ganz genau anschauen. Soweit also der Auszug aus meinem Buch und meine ergänzenden Anmerkungen zu Angelina und wenn ihr es bestellen möchtet, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Bevor ich auf die Bedeutung des Transits für die Sternzeichen eingehe, schauen wir uns hier nochmal an, wann Lilith durch die drei Dekaden des Horoskops läuft. Dann wisst ihr ungefähr, in welcher Zeit sie einen Aspekt zu eurer Geburtssonde bildet, vorausgesetzt euch ist bekannt, in welcher Dekade euer Sternzeichen steht. Falls nicht, könnt ihr euch dazu nochmal mein Video mit dem Livestream Häuser, Horoskop und Aszendent anschauen. Da habe ich das mit den Dekaden ausführlich erläutert und das lege ich euch auch in die Playlist für den Mai hinein. Und hier jetzt die Dekaden. Durch die erste Dekade läuft die Lilith vom 3. Mai bis zum 1. August. Dann zweite Dekade vom 1. August bis zum 30. Oktober 2019 und die dritte Dekade 30. Oktober 2019 bis 26. Januar 2020 und dann geht sie ins Zeichen wieder. Jetzt möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, wie sich der Transit von Lilith in den Fischen für die zwölf Sternzeichen auswirkt. Besonders betroffen sind für die nächsten neun Monate die sogenannten veränderlichen Zeichen, nämlich die Zwillinge, die Jungfrauen, die Schützen und natürlich die Fische, durch die es jetzt läuft. Zu diesen vier Sternzeichen wird die Lilith in den kommenden neun Monaten Spannungsaspekte bilden, beziehungsweise für die Fische ist es eine Konjunktion mit der Sonne. Bitte bedenkt dabei, dass Lilith auch dann ihre Wirkung entfaltet, wenn ihr nicht das Sternzeichen, sondern andere wichtige Planeten oder Faktoren in einem dieser vier Zeichen habt, zum Beispiel Aszendent oder Mond oder Venus oder Mars. Falls ihr euer Horoskop nicht so genau kennt, wäre es die Gelegenheit, sich mal das Geburtshoroskop bei Cosprogramm.de zu holen, damit ihr wisst, ob ihr Positionen habt, die jetzt eine Lilith-Spannung empfangen. Natürlich könnt ihr euch auch eine Beratung bei mir gönnen, um herauszufinden, wie sich jetzt die Energie der Lilith für euch im Horoskop auswirkt und verändert. Ja, dann wollen wir mal schauen, was bedeutet es nun, wenn die Lilith aus den Fischen heraus in Spannung zum eigenen Sternzeichen oder Aszendenten oder anderen wichtigen Planeten steht. Sie weckt ja die inneren Instinkte und bringt uns in Kontakt mit unseren tiefsten Gefühlen und wenn wir da etwas verschüttet oder verdrängt haben, weil wir in unserer Kindheit verletzt wurden oder beispielsweise unsere weibliche Seite nicht annehmen konnten oder wollten oder durften, dann ist diese Konfrontation gegebenenfalls unangenehm und schmerzlich und nicht leicht zu integrieren. Gleichzeitig kann aber eine Spannungskonstellation mit Lilith auch bewirken, dass unser persönliches Charisma sich verstärkt, weil wir, indem wir diese inneren Prozesse durchmachen, irgendwie faszinierend und geheimnisvoll wirken. Vielleicht reagieren wir auch anders als sonst auf unsere Mitmenschen und wirken dadurch unberechenbar und interessant. Wundert euch also nicht, wenn ihr innerlich aufgewühlt seid, aber gleichzeitig ganz neuen Menschen begegnet, die sich auf einmal von euch angezogen fühlen. Das gilt natürlich ganz besonders für die Fische Geborenen und Fische Aszendenten, die Lilith im eigenen Zeichen oder im ersten Haus dann jetzt haben werden. Ihr wollt euch vielleicht am liebsten zurückziehen, werdet aber geradezu verfolgt von Menschen, die euch absolut umwerfend und bezaubernd finden und je kratzbürstiger ihr reagiert, desto begeisterter sind die anderen. Es kann auch passieren, dass uns schwierige Lilith-Themen in der Außenwelt begegnen, zum Beispiel durch Frauen, die wir als provokant oder schwierig empfinden, die uns aber in Wirklichkeit etwas an uns selbst vorspiegeln, was wir an uns nicht akzeptieren wollen oder können. Bei Lilith in den Fischen geht es häufig um das Thema Loslassen und Opfern. Vielleicht werden wir damit konfrontiert, dass wir ein Opfer bringen müssen, um einem bestimmten Seelenziel näher zu kommen. Oder wir bringen Opfer in unseren Liebesbeziehungen. Lilith in Spannung oder Konjunktion zu persönlichen Planeten kann den Beginn einer leidenschaftlichen Liebesaffäre anzeigen, die uns mit unseren tiefsten und wildesten Kräften in Verbindung bringt, die wir aber möglicherweise nicht ausleben wollen oder dürfen, weil sie in unser nettes Beziehungsparadies oder Familienparadies nicht hineinpasst. Singles haben natürlich mehr Freiheit, sich auf solche Lilith-Begegnungen einzulassen und sie auszukosten. Aber sie sollten auch gewarnt sein, dass heiße Affären, die unter Lilith beginnen, oft nicht für langfristige, monogame Beziehungen geeignet sind. Da müssten dann andere Horoskopfaktoren einen Ausgleich schaffen und das können wir nur in einer Beratung uns anschauen. Gerade mit Lilith in den Fischen neigen wir eben dazu, Dinge zu opfern oder Wichtiges in unserem Leben aufgeben zu wollen, um uns voll und ganz auf jemanden einlassen zu können. Um euch davor zu schützen, dass das hinterher zu einem Desaster führt, empfehle ich euch meine bewährte 90-Tage-Regel. Drei Monate abwarten, bevor ihr anfangt, euer Leben auseinanderzunehmen, um jemandem nahe zu sein. Dann ist der Transit höchstwahrscheinlich schon vorbeigezogen und ihr seht wieder klarer, ob ihr diesem Impuls wirklich folgen wollt. Denn Lilith ist eine wunderbare Kraft, die uns begleitet, wenn wir uns in ein großartiges neues Lebensabenteuer hineinwerfen. Aber sie kümmert sich nicht unbedingt um die sozialen Folgen in unserem Lebensumfeld. Darüber muss man sich im Klaren sein. Als Beispiel zeige ich euch auch noch mal mein eigenes Horoskop. Ich habe mein MC, also den Zielpunkt meines Horoskops, wo man die Berufung und auch die gesellschaftliche Position eines Menschen ablesen kann, in den Fischen. Und da steht ja auch Chiron. Das wisst ihr schon, wenn ihr euch das Video über Chiron angeschaut habt. Über diesen Punkt wird gleich im Mai die Lilith laufen und passend dazu biete ich euch einen Lilith-Workshop an. Im Sommer wird Lilith dann eine Opposition hier zu meiner Geburts-Lilith, die in der Jungfrau steht, und Pluto bilden. Und beide stehen im Haus der Familie. Ich werde dann erleben, wie meine Tochter flügge wird und ihr eigenes Leben beginnt. Erst mit einem Praktikum im Sommer, dann beginnt ihr Studium und sie wird aus Köln wegziehen. Ich muss sie loslassen. Das ist das Thema mit Lilith in den Fischen und das wird ein tiefer Einschnitt für mich. Das Ganze hat wirklich eine ganz umfassende Bedeutung, denn meine Tochter hat ja die Lilith auf dem Aszendenten und ihre Geburt war für mich der Anlass, das Buch über Lilith zu schreiben, welches mein Lebenswerk geworden ist. Ihr habe ich auch das Buch gewidmet und jetzt sehe ich, wie sie als prächtige junge Frau ihr eigenes Leben beginnt. Ich werde sie wahnsinnig vermissen, aber ich bin gleichzeitig unheimlich stolz auf sie und freue mich zu sehen, wie mutig und selbstständig sie ihren neuen Lebensabschnitt beginnt. Und jetzt schauen wir uns die harmonischeren Aspekte der Lilith an. Wenn ihr solche Aspekte empfangt, dann sind ihre Impulse im Leben leichter zu integrieren. Und das gilt für die Zeichen Stier, Krebs, Skorpion und Steinbock. Wenn euer Sternzeichen, der Aszendent, der Mond oder andere wichtige Planeten in einem dieser vier Zeichen stehen, sind die Chancen gut, dass ihr die Kräfte des neuen Lilith-Transits eher als anregend, interessant und bereichernd empfindet. Zum Beispiel, indem ihr spannende neue Leute kennenlernt oder ein neues kreatives Projekt anfangt. Oder indem eine neue Liebe euch inspiriert, ohne euer Leben komplett durcheinander zu bringen. Auch die Beschäftigung mit dem spirituellen Gehalt von Lilith in den Fischen kann für euch sehr erfüllend sein. Lilith kann auch die Gelegenheit oder das Bedürfnis für euch anzeigen, euch gesellschaftlich zu engagieren oder euch für Menschen oder Tiere in Not helfend einzusetzen. Für einige Sternzeichen sind die neuen Lilith-Aspekte eher indirekt oder äußern sich als unbestimmte Sehnsüchte oder kleinere Störungen im Alltag. Wenn ihr euer Sternzeichen, also eure Sonne oder die wichtigsten Planetenpositionen im Widder, im Löwen, in der Waage oder im Wassermann habt, wird euch dieser Lilith-Transit wahrscheinlich nicht so stark beschäftigen. Ihr habt dann eher mit Chiron zu tun. Und falls euch das Thema interessiert, könnt ihr euch dazu nochmal mein Special Entwicklungschancen mit Chiron im Widder angucken. Die Lilith-Themen können sich für euch natürlich auch äußern durch eure Partner oder andere Menschen in eurem Leben, die sich damit auseinandersetzen müssen. Das können zum Beispiel Klienten sein, wenn ihr beratend tätig seid. Für Wassermann-Geborene und Löwe-Geborene kann sich der Zeichenwechsel der Lilith durchaus als Erleichterung bemerkbar machen, denn sie hatten in den letzten Monaten ziemlich viel mit Lilith zu tun. Für die Löwe-Ascendenten stand sie im Partnerhaus, für die Wassermänner auf der Sonne, das war alles ziemlich aufregend und an der Front tritt jetzt wieder etwas mehr Ruhe ein. Natürlich kann es auch sehr gut sein, dass ihr gleichzeitig harmonische und schwierige Aspekte von der Lilith empfangt, je nachdem wie euer Geburtshoroskop aussieht. Wenn euch die Lilith wichtig ist, würde es sich sicherlich lohnen, wenn ihr euch eine Beratung bei mir gönnt, um mehr darüber herauszufinden. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Alternativ könnt ihr eben auch an meinem Online-Workshop teilnehmen, um generell mehr über die Wirkung von Lilith-Transiten zu lernen. Der Termin für den Workshop ist am 7. Juni 2019 um 19 Uhr und falls ihr diesen Zeitpunkt verpasst, könnt ihr das Video auch nachträglich noch buchen. Für den Workshop solltet ihr euer Horoskop, gut kennen, damit ihr wisst, durch welche Bereiche Lilith laufen wird und welche Aspekte zu erwarten sind. Ihr könnt den Workshop auch nutzen, wenn ihr selbst astrologisch tätig seid und wissen wollt, wie ihr die Lilith für eure Klienten deuten könnt. Das waren meine Gedanken zu Lilith in den Fischen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inspiriert. Für die tollen Bilder, die ich in meiner Präsentation benutzt habe, bedanke ich mich bei Pixabay, der Plattform, wo kreative Menschen kostenlos ihre Fotos und Illustrationen zur Verfügung stellen. Toll, dass es euch gibt. Wenn ihr immer wissen wollt, wann ich neue Videos hochlade, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen hier oben rechts, dann werdet ihr immer automatisch benachrichtigt, sobald es neue Videos von mir gibt. Und das sind weitere Specials zu wichtigen aktuellen Transiten. Finde deine Heimat über den Mondknoten im Krebs, Entwicklungschancen mit Chiron und Wind des Wandels über Uranus im Stier. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.